Okay, jetzt für alle, die das Video schauen, machen wir zuerst mal frontal und nachher auch noch an die Seite. Wir haben eigentlich mit dem K abgedreht und schauen wir jetzt an die Seite nach drei Uhr. Wir kommen aber zuerst noch mal zurück und machen wir die Schritte für euch, weil ihr habt das noch nicht gehabt. Das ist ähnlich wie ein Shuffle vor, aber wir machen ein Step-Log-Step. Die nehmen wir ein bisschen auseinander. Machen wir zuerst rechts und nachher links. Okay, ich zeige euch zuerst mal den Shuffle vor und nachher den Step-Log-Step, dass ihr den Unterschied seht. Okay, ein Shuffle ist ein Schritt vorne, schliessen den anderen Fuss, daneben Gewicht wechseln, ein Schritt vorne. Genau das Gleiche. Wenn wir links machen, ein Schritt vorne, schliessen den anderen Fuss daneben mit Gewicht und wieder vorne. Also wenn ihr mit den Füssen anschaut, haben wir eine rechts, links, rechts und ein Wechsel links, rechts, links. Das ist ganz ähnlich bei dem Step-Log-Step, aber mit dem Unterschied, dass man nicht daneben schliessen, sondern dahinter kreuzen leicht. Okay, darum heißt es Lock. Wir locken. Und wir locken die Knie. Das heißt, wenn ihr von der Seite her sieht, so die Knie. Wenn ihr von vorne her seht, so die Knie. Und der hintere Ferser bleibt dabei in der Luft. Das heißt, ich zeige es ein bisschen diagonal. Meistens machen wir die Step-Log-Step-Live-Diagonal. Rechts ein Schritt nach vorne. Schritt. Linken Fuß hinten einkreuzen, so dass der linke Knie in der rechten Kniekelle ist. Lock. Darauf stehen auf den linken Fuß und der rechter Fuß macht noch ein Schritt vorne. Das ist das Step-Log-Step. Wir machen nur rechts hier. Wir machen gerade die Reihe. Step, lock, step, lock, step, lock, step, lock, step, lock, step. Der hintere Fers ist immer in der Luft dabei. Genau das gleiche auch nach links. Linke Fuß, füren, rechte Fuß. Kommt nach, so dass die rechte Knie in der linken Kniekehle berührt. Lock, ziehen wir ein bisschen nach und step. Lock, step, lock, step, lock, step, lock, step. Wir machen unsere Teils nicht so viel. Wir machen einmal ein step, lock, step nach rechts und einmal ein step, lock, step nach links. Das heißt hier rechts, links, rechts. Nachher wechseln wir links, rechts, links. Gut? Kommt ihr gut mit? Jetzt noch einmal, step, lock, step. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Cool.